Wenn du jemals andere Mitarbeiter effektiv führen wolltest, dann solltest du hiermit anfangen. Das Erste, was du tun solltest, ist, dich selbst effektiv zu führen. Denn denk dran, wenn du dich selbst führen kannst, dann gibst du anderen jeden Tag ein Beispiel dafür, wie du dein tägliches Leben angehst. Und der erste Schritt, um das zu tun, ist, beinahe dein Denken. Stell sicher, dass du jeden einzelnen Tag auditierst, reflektierst. Was geht in deinem Kopf vor? Schalte mal die Nachrichten aus. Schalte etwas ein, das positiv ist. Schalte etwas ein, das deinen Geist fördert. Zweitens, achte auf deine Worte. Achte auf die Worte, mit denen du zu dir selbst sprichst. Ja, wir führen alle Selbstgespräche. Tun wir, überleg mal. Und vor allen Dingen auch auf die Worte, die du benutzt. Worte, die du benutzt, um mit anderen zu sprechen. Erinnere dich mal daran, ob deine Worte dich oder andere, ja, ja, ob die dir den anderen, wie soll ich sagen, die Power geben oder ob du sie niedermachst. So, schalte dich mal an, wie soll ich sagen, aber auch ab, wie soll ich sagen, wie soll ich vermutlichей, wie soll ich sagen, wie soll ich das? Und ich kann halt dafür, dass du nicht mehr so aus der Zeit in deinem Kopf setzen. Ja, ich kann das, wie soll ich sozusagen. Aber ich kann das, wie soll ich nicht mehr so aus der Zeit sagen. Untertitelung des ZDF, 2020